Ich liebe den Niedlestick und ich liebe genau dann, wenn jeder einpackt, musst du nochmal nachlegen. Mittlerweile ist es schon dunkel, das Ding habe ich vor 5 Minuten gelandet. Ja, da ist er, so 5 Kilo. Danke, dass wir uns kennengelernt haben und ich hoffe, du bist noch in Spanien und ich brauche mehr Niedlesticks. Danke, Haram, es sind geile Tipps gewesen, ich bin so glücklich. Danke.